So, herzlich willkommen zu einem entspannten Game am Abend. Es ist 1 Uhr nachts und ich dachte mir, ich werde mal Duocchio mit Dennis spielen. Der hat nämlich noch ein bisschen Elo zu verlieren. Ne, ich bin schon auf 0. Der hat noch einen D-Rank in Gold vor sich. Ja. Ich bin auch in den Placements, hab eben 3 Games gespielt, alle verloren. Aber ist gar nicht so schlimm. Ich glaube, ich... Ja, ich sag jetzt nicht absichtlich verlieren, das stimmt ja nicht. Aber ich try hard jetzt nicht mega, um Games zu gewinnen. Denn ich möchte eher lower ingerankt werden, was daran liegt, dass ich momentan eher schlecht bin in Loi. Ja, ich habe jetzt ein Jahr lang ungefähr nur Normals gespielt und mit Jumps getrollt. So, und das will ich jetzt wieder ein bisschen ändern. Das heißt, es ist gar nicht mal so schlimm, wenn ich low eingerankt werde, dann kann ich mich mal selbstständig ein bisschen wieder hochcarryen. So, und wieder in meiner Rolle etwas besser werden. So, und... Ohne auf das absichtlich verlieren wollen einzugehen oder so. Oder nicht Serial spielen, aber ich bin jetzt Bard-Jungle im Rank, ja? Ich habe bisher sehr wenig Hate abbekommen für Bard-Jungle. Ich finde, der Red-Buff ist dieses Season viel stärker. Ich finde, der haut einem viel härter ins Gesicht. Kannst du es bestätigen? Ich habe nicht für Jungle gespielt. Vorher und nachher auch nicht. Ja, du bist ja so ein Support-Bard. Ich bin der, der die DQ meistens verkürzt, okay? So, na gut, fast Full-Life nach Level 3 ist es auch immer noch okay. 3 Minuten 16 ist natürlich etwas länger, aber das ist an sich nicht so schlimm. Okay. Kannst du noch kurz warten oder soll ich sofort kommen? Sofort, die ist um und hat wenig Leben. Mhm. Und da? Cool. Meine Exhaust und ihr Flash vom Weltklasse? Gehen wir mal nicht drauf ein und ich düse mal schnell auf die Woodlane. Ich glaube, das lohnt sich da mal vorbei zu schauen. Oh, das sieht echt lohnenswert aus. Aber Pharma ist halt auch lecker, aber ich bin nicht dran. Oh, lol. Ich bin ein fucking Faggot, alter. So, das Bad took my jungle. Fair game. Es beginnt. Hm. Ich habe 100% Kill-Beteiligung, was ist dein Problem? Hätte ich auch fragen können, ob ich Jungle will. Da. Hättest du meinen gesagt. Das ist echt so. Gefragt hat er nicht mal. Took my jungle, sagt er. Ich kann ja nicht riechen, dass er seine Position nicht bekommen hat. Ich meine, ich hätte sie ihm nicht gegeben. Das stimmt schon. Aber trotzdem. Man, mein Exhaust war 1 Sekunde nach ihrer Ultrap. Ich tilte. Aber weißt du, ich griff keine Kugel von ihr. Und ich bin hart. Ja, Ezreal ist halt jetzt auch am weinen. So weißt du, und kommt einfach nicht. Das sind so die typischen Kids jetzt. Ehh. Der ist einmal gestorben, Manelein. Dann bin ich nochmal gestorben. Die Free-Kills nehme ich jetzt einfach nicht mehr. Ich bin jetzt beleidigt und farm. Okay. Tillte sie mal. Hat dich das getroffen? Ja. Ich hab nichts ab eigentlich. Nicht? Nee. Aber jetzt. Schön. Ist hier das Problem nicht. Das war easy as fuck. Ja. Das ist dann mal ein bisschen knapp. Oder sonst alles easy. Was ist denn knapp? Du bist full life. Fast. Nee, das dann. Nicht zu leben. Nee, nee, nee. Also, dass das dann traf, ne? Das wissen wir als Bartmans ja beide. Leider Gottes hier. Ja. Das sagen geht erstmal ganz entspannt einkaufen und dann mal statt der Surrender-Vote. Er kocht sich so. Redemption. Oracle-Alturation. Control-Vote. Surrender-Vote. Ja, hier ist mal einmal. Oh Leute. Wer tankt denn hier? Ach, Asriel. Ach so. Ja, wer sonst? Vielleicht unser Tank der da vorne dran steht. Das ist Quatsch. Oh. Oh. Time to go. Oh. Time to die. Ich weiß nicht. Alter, 500 Schaden nur durch ihre Ulti. Ach, das ist doch ein optimales Timing hier. Ist die gar Respawn oder was? Hä? Sie plant sie gerade Respawn, oder? Ne, Respawn nicht, aber sie war halt da. Ach so. Oh oh, oh oh. Oh oh. Hm. Da kann ich jetzt auch nicht so viel machen, Leute. Oh. Ich glaub, das ist ja übertrieben. Okay. 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 Erstmal Control-Wood. Okay. Die 30 Gold lass ich mir dann auch nicht entgehen, ne? Einmal so rechnet auf deinen Tod? Ach, sieh an. Der ist ja noch da. Ich hasse dich. Hä? Wieso tust du so waschen Sachen? Wieso ich Blue Red Buffs nehmen? Weil die Sahne nicht sind. Die Sahne nicht nur in Kakao, oder? Ja, mein Kakao ist mit Sahne. Und Marshmallows. Ne. Aber ich hab auf der Sahne nochmal Kakaopulver. Das ist nämlich der richtig geile Shit. Die ist halt so tanky nur in diesen Kakaopulver. Du hast mal ne Q aufgelöst. Mag schon sein. Aber ich hab den Dragon. Weiß ich nicht. Oh, Singed. Oh, Lower Singed. Richtig Lower Singed. Ah, Gunblade ist ein neues Item. Ey, Gunblade ist das beste Item im Spiel, Mann. Egal was du machst, du kriegst immer ein bisschen Heilung. Du kriegst immer ein bisschen Heilung rein. Ich liebe das. Ja. Ich hab meine Old Leiter noch nicht ab. Warte mal, warte mal. Hat er noch kurzes Cooldown. Deswegen die kleine Verzögerung hier. Moment. Ey. Huck mich doch jetzt nicht hier von der Seite. Ah. Oh, lol. Ich hab nicht mal meines Dinges gedacht. Noch ne Lantern. Oh, Gott. Oh, das war so. Das war so. Das war ein Freakill. Ich hab nur gesuckt. Ich hab nur gesuckt. Wenn ich nicht gesuckt hätte, wär sie easy down gewesen. Andere Sache, weil er noch trotzdem mit mir Tür bekommen. Ja. Ja, hast schon recht. War schon ein Erbert. Das bestreite ich ja gar nicht. Er ist real. Okay. Das ist aber auch schon wieder richtig. Also, dass er das überlebt hat. Da hat man jetzt keinen Auto attack. Oh. Oh, warte mal. Warte mal. Ich bin noch nicht fertig. Ja, du. Ja, das macht nichts. Der gleiche Scheiß der Bühne 2. Hä? Okay, ich hab den nicht raus... Oh, lol. Mann, du hast mich gebläht. Ich? Guck, bin ich da. Und wir... Was ist er? Ganz hier der Problem. Ich hasse dich. Hm, hm. Ich war gerade im Carter-Modus. Hm, ja. Ja. Du hast einfach meinen kompletten Carter-Modus gestoppt. Ja, das war schlecht abgestimmt. Das... Da gebe ich dir recht. Ich dachte, das ist jetzt mal ein Moment. Hm, hm. Dennis-Moment. Oh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Das sieht immer so einfach aus. Bei Katharinas. Äh. Wo war das denn? Oh, lol. Oh, lol. Der Tower-Damage. Oh, lol. Warte mal, ich will noch einen Stun. Ja. Stun ist noch drin. Stun ist noch drin. Hm. Hm. Okay. Okay. Ich bin in den Hook reingesprungen. Okay. 500 Schaden. 500 Schaden. Gin-Auto. Du rotst Exhaust. Aber es ist okay. Wir haben den Falk gewonnen. Ich mach grad die Würfen, ne? Denk dran. Hm. Oh, lol. Wir haben grad... Tch. Min-Wai-Shiwana. Nimm deine Waffe bei dir. Warum? Weil ihr Bot-Dirgott alles tut. Ah, fuck. Es macht eh zum Turboden nach vorne. Und die hittämische Waffe. Ja, lol. Nice Kiting Mechanics. Oh, lol. Die Sammen in den Block. Die Sammen in den Block. Oh, lol. Das ging grad... Weil du hast grad die geilsten Aktionen der Welt vermisst. Ey, ey, ich hatte grad den Herzinfarkt meines Lebens. Es will... Läuft irgendwie rein. Geht dann hinter sie. Das ist jetzt... Jetzt bin ich bisschen unzufrieden mit der Gesamtsituation hier. Warte mal. Warte mal. Hier hab ich noch einen Slow. Hier, da kannst du einmal durchgehen. Nee, da willst du nicht durch. Da willst du nicht durch, nee. Ja, komm auf die Idee. Ich hab alles beschert. Pause. Oh, oh. Pause. Oh. Glaubst du auch nicht, dass ich meine eigene U-Biss time hier mit dem Q. Servus. Riven ist tot. Ja. Oh, oh. Ich bin drei schon tot. Ich hab einfach die ganze Zeit in einem komischen Gemisch gewohnt. Oh, lol. Wieso krieg dir so schnell zur Haustaus치 raus. Oh, oh. Wie ist man jetzt in der Scheu hier? Wiese farmt sein in Mitte. Weil er Support ist. Ich erinnere mich. Er braucht seine W-Stacks mittlerweile. Der hat ja nix zu tun, wenn wir in der Schamachen nicht. So. Ich bin unstoppable. Was ist das? Fünf, ne? Ja. Das vor Gottlieb, glaub ich. Nee, nee, nee. Doch. Nee, vor Gottlieb kommt auch Dominating, oder? Ich weiß das nicht. Kann auch sein. Das hab ich in... Sechs Jahren League of Legends nicht gelernt, ey. Ja, weißt du. Alles vor Gottlieb und Legendary ist auch eigentlich irre geworden. So wie ich. Ich weiß auch nicht, warum erst Gottlieb und dann Legendary kommt. Für mich klingt Gottlieb irgendwie stärker. Alles ziemlich imposant, ne? Geht. Und Legenden sterben ja nie. Okay, Götter auch nicht, aber... Oh, jetzt hab ich voll Bock zu fighten. Ich liebe diesen Drachen. Rein da. Okay. Okay. Hab Syndra. Oh, oh, Benno. Minute 40 hat geschlagen. Lässt dich catchen, sagst du? Ja. Ich spür schon in mir. Hm. Siehst du, jetzt kommt Dominating. Das war dir wichtig. Ja. Ist auch okay, ne? Weißt du, er hookt durch alle durch und trifft mich. Ich hab in diesem Fight wirklich nichts getan, außer gehuckt zu werden. Oh, ich wollte nicht sterben, Alter. Ich wollte wirklich nicht sterben. Einziges, was ich gemacht hab, ist die Ultras Team, den Hook fürs Team genommen. Sehr gut. Also wenn ich jetzt noch Legendary werden könnte... Ja, tut dir die Chandra. Das wär wirklich, das wär wirklich ein Traum. Nein, ich weiß nicht, das zu verhindern, ne? Holy shit, Alter. Please. Schnell, schnell, schnell. Oh, du bist so ein Arsch. Nein, du musst den Titel schreiben, kein Legendary Bart. Hier schreib ich einfach Godlike Bart in den Titel, ist auch okay. Godlike Jungle Bart und Rank It. Ja. Zehn Millionen Views. Leute. Der Jungle Bart. Wir haben gewonnen. Das ist, das ist kein Troll hier mit dem Jungle Bart. Ja, da krieg ich ein Keyfragment hinterher geschmissen. Eine Kiste krieg ich auch hinterher geschmissen. Ich hab 19 Punkte bekommen. Mein Scheißklein packt, ich kann nix machen. Ah. Dann schau ich jetzt noch mal die Statistik an. Ich hab mehr Schaden als du. Ja, das ist okay, du bist Katharina. Naja, das ist echt okay. So, aber ich hab mehr Schaden als Rippen, mehr Schaden als Singed. Noch ein bisschen unter Syndra. Und du? Ja, ist okay, Leute. Jungle Bart, ne? Der Main. Schönen Abend noch. Sag auch, tschüss. Sia. Wo stoppe ich? Da, Sia.